Ich dachte, wir wollen das Ding vernichten. Ja, ich weiß. Aber du bist fast... Oh, Mann. Wir sind fast weit weg. Yeah, you see? Ist irgendwas. Oh, das ist ein Typ. Ich hab' getroffen! Ja, ich hab' getroffen! Soll ich drehen? Das war so peinlich. Ich weiß. Ich hab' nur einen 1. Achtung, ich hab' gefunden! Achtung! Oh, shit! Achtung! Okay. Jürgen, den zeigen wir's. Halt mich auf Kurs. Okay, da hängt euch, lass' mir in Ruhe! Wir sind viel langer mal hier. Oh, und wir laufen wollen. Ich kann sie sehen. Und? Ich fahr drauf zu. Ah, unsere Freunde von vorhin fahren auch los, Leon. Ah, unsere Freunde von vorhin fahren auch los. Ja, okay. Sollten wir uns Sorgen machen? Sollten wir denen irgendein Lebensgeschenk geben? Nein. Ich spiele jetzt unser Kampflied. Füll dein Inventar voll mit Kanonenkugeln, Brettern und Obst. Los, schnell. Stimmt, gute Idee. Ja. Oh ja, kannst du mal in den Ost? Ja, ja. Ist der das? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Idee. Oh, voll die Kampflied. Ich bin tot. Komm schnell. Oh fuck, der Typ ist an Bord. Er ist tot. Okay, ich bin tot. Okay, halt das Schiff. Wo ist dein Schiff? Ausharren. Rette mal den vorderen Mast. Achtung, er ist wieder hier. Er ist tot. Alles gut. Ah. Wir hätten nicht so viel spielen dürfen. Ich bin tot. 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 Das ist nicht der Hungernde. Du kannst gleich auf der Aufnahme sehen, er hat seine Leuchten blauen...